kommt da auch bei dir so hell no auf jeden fall herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ttt hallo ich bin traitor ja auf jeden fall aus den letzten beiden folgen dabei einmal obst die etwas andere begrüßen kann diese ist aber hallo hallo und lukas ich habe keine waffe ausgerüstet hallo ich habe keine dings mehr ich habe bezahlt ich bleibe jetzt hier drin Ich bin grad nicht rausgekommen, geh weg! Das Spiel geht los, Lisa geht kacken. Hallo Lukas! Bist du es Lisa oder nicht? Ja, hallo. Nein. Braucht mir Waffe. Ich auch. Lisa war's. Ich hab die nirgends für jeden. Aber die ist Marke. Hä, lol? Krass. Ey Lukas, komm mal schnell zu mir. Beide golden diegeschossen. Ich hab ne Waffe. Ey, wer hat der Lizko geschmissen? Ich. The fun. Lukas? Ich hab da geschossen. Nein, noch. Alter, was ist das? Guck mal diese Scheiß. Oh mein Gott. Wollt ihr eigentlich? Hey. Alter, was ist das? Digga, das ist ja mal... Anders geil, ne? Hey! Kommts mal mit, ihr Bonobos. Hey! Wo denn? Nachher tötest du uns? Ja, ich töte ihn nicht. Komm. Geht nur in eine Richtung auf. Guck mal wie viel Waffen da drin liegen. Ah! Ich bin Elo. Schau dir nicht, Bandit. Cooper ist Traitor. Cooper wurde zurückgebracht als Traitor. Ey, was für'n Quatsch. Das stimmt nicht. Das sind Fake News. Halt, halt, stopp. Ich hab' doch'n Traitor umgebracht. Also das Ding ist... Ihr wart jetzt... Bei Lukas bin ich nicht sicher. Bei Ben... Das ist Flight, Cooper und eventuell Lisa. Bist du behindert? Ich weiß noch nicht mal, wo ihr seid, ihr Affen. Hey, jetzt sei ruhig. Okay. Das ist die logische Schlussfolgerung. Nein. Doch. Wo kann's das auch sein? Warum kann ich das sein? Aber Lukas kann das auch sein? Cooper hat ein... Nein! 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 Hä, die Tarnung war eigentlich perfekt, ne? Oh mein Gott, es tut mir leid, Lukas. Hast du dir das immer da, wenn man den zu jemanden zurückholt? Alles gut. Äh, nur mit... Ah, ich bin ja nicht gestorben. Blätst du nicht? Heeeh. Sauere. Hey, das war doch voll clever, dich da unten durch den Schacht anzuschießen, dass du dann den Verdacht auf Lukas oder auf Bundit legst. Vor allem der Schacht wär' gar nicht offen gewesen, wenn ich ihn nicht aufgeschossen hätte. Ja, ist selber. Toll gemacht. Lisa wollt' mich direkt am Anfang wegsnacken. No. Richtig frech. Vor allem hab' ich auch voll auf deinen Kopf geämmt. Ich dachte, du wärst tot und deswegen hab' ich nicht nochmal geschossen. Hä? Ja, aber wo schiebt man denn mit ner Shotgun hin? Doch nicht auf den Kopf. Guck mal, Leute. Guck mal, Leute. Einer ist. Ey. Wo denn dann? Auf den Körper. Damit du mit möglichst vielen Projektilen triffst. Ey, Leute. Ja, aber der Kopf ist doch direkt tot, oder nicht? Nicht mit der Shotgun. Ah, okay. Bin wieder mal in. Lisa, wo geh ich hin? Weiß noch nicht. Wollt ihr mal... Ach, hier rein? Wollt ihr mal mein Freund sehen? Hä, wer ist das dahinter? Lass mich doch mal rein, oder durch. Ich hab' nicht. Mann, jetzt geht er mal weg da. Danke. Oh, es ist bestimmt Koopa, oder so. Ja. Denk' ich auch. Traut ihn nicht. Weiß Gittles. Warum? Ich bin... Du... Fotze. Ich weiß. Warum so toxic. Das ist doch Koopa, oder? Koopa, mach mir die... Ey, lass Aua. Lisa, ne... Lisa. Au, klar. Die Tür zu. Hä? Lukas? Hä? Willst du raus? Ich hab' wieder rein? Hä? Lukas, war das. Ich bring' den jetzt um. Jetzt reicht's. Hallo. Mann, ey. Diese Scheiß-Tür hier. Hallo, seid ihr bescheuert? Leute, was macht ihr da? Genau. Wer ist da reingehilft? Koopa. Also Lukas, ist es? Nein, die bleibt da draußen. Selin. Corona. Wer lebt denn alles, ne? Also der einzige, der confirmed tot ist, ist Koopa. Okay. Fleiß? Ja, wenn ich rede, bin ich ja wohl noch am Leben, oder? Nee, kannst du mir mal das Item sagen, womit ich ihn bei den zwölfen Kollegen wiederholen kann? Äh, der Vigilator. Okay. Wo finde ich den? Da ist er. Ja, im Tradershop, du Vogel. Gut. Vielen Dank. Kein Thema. Geh weg. Oh, oh, ich hör dich. Nein! Oh, oh, oh! Co? Hä? Nein! Ich kann da... Kein! Lässt du mich zu irgendeiner Leiche oder willst du mir eine herbringen? NEIN! Ich würde dir ganz kurz eine liefern, dir selber Mach mal die Tür zu schnell, bitte Kannst du jetzt noch aufmachen? Ah, schade, aber nicht mehr zu, ich hab dich die ganze Zeit gevloggt Hey, wer geht denn? Ich weiß Mit E kannst du den Propp übernehmen Ah Ich hätte ja die nehmen können Ey, guck mal, das war so anlagig Ja, irgendeine Leiche bringt dir nichts Du brauchst, wenn du einen normalen Dehse bekommst Du brauchst die Leiche von deinem Traitor-Kollegen Und mit dem T-Defi kannst du alle wiederbeleben und zum T-Machen dann halt, ne? Ey, von welchen? Von was ist nochmal die Musik? Mit dem T-Defi-Defi-Defi-Krater Okay, okay Äh, Black Ops Ja, genau, stimmt Mann, Alter Gerade hast du schon die ganze Zeit gewundert, was machst du hier, Lukas, Alter? Was ist... Was ist... Lukas, die weg, hier Oh, was ist das denn hier? Der letzte Runde war richtig kackig Cool, hier liegen Eier, Leute Wieso haust du mich? Was ist denn das? Lila, ne, hier? Äh... Echt, Alter, sucht nicht Ne, ich fahr, wenn du auch sucht Blitz, komm her Wo bist du? Hey Hey Alter, ich hab mich voll erschossen, sorry Ey, ich hab Angst Komm mit Tötest Lukas Ne, ich trau dir nicht Ne, ich trau dir nicht Ne, ich trau dir nicht Lupa, komm mit Lupa, komm mit Lupa, komm mit Lupa, komm, komm Wie kann man in dem DT nicht trauen, ist die Frage Es ist Lukas Hab ich doch gesagt Hey, wo ist er denn? Hallo, warum wird er geschossen? Warte, wo wird er geschossen? Bennet, du hast uns hier reingegangen in die Situation Wie hab ich den längst reingebracht? Ich hab Lukas getötet Ja, dann confirm ihn Los Ist doch besser so Ja, war der Traitor Ja, ist doch alles gut Ich frag doch, nur da will ich fragen Meine Punkte Geht weg Wie geht weg? Wir sind Dete und Inno Achso Was? Ich wär schon längst tot, wenn ich das wollen würde Okay, hallo Ich kann mich gleich mal verprügeln Nein Dann ist das... Dann ist das Fleiß Hey Na, oder du Na, oder ich Ja, oder ich Aber ich weiß, dass ich's nicht will Ja, ich weiß, dass ich gesungen bin Ja, aber lebt dann nicht nach... Oh, jetzt hab ich mir ne Waffe weggeschmissen Gehst du rein? Na, du gehst rein Wenn ich sterbe, ne? Ich bin schon Ja, sie ist Inno Schau mal, das ist Lisa Lisa, geh weg Oh, geh ja schon Hinter mir Nein, nein, nein Ja, dann stirbt uns da drin halt Ist mir auch egal Okay Inno Ich auch Hä? Du bist grün Wer ist jetzt gestorben? Niemand Aber... Fleiß ist es Wo's Kupi? Der ist auch hinter einem Schiff Der ist auch hinter einem Schiff Ja, der ist hinten Oh man, du Pätze Oh Jetzt weiß das ja Der ist aber nach rechts gelaufen Ich glaub der hat aber keinen Livsen mehr Keinen Livsen mehr? Ne, aber auch nicht Kannst du mich spielen Aber reicht noch um zu rennen Aber reicht noch um zu rennen Hä? Hä? Unter dir Ach ne, achso Ich dachte fleißig ist gestorben Oh leih Das geht sogar wirklich Das geht sogar wirklich Also wir sind... Nehmen wir noch... Jetzt seid ihr auch noch zu ihm hingegangen Also wir sind... Nehmen wir noch... Jetzt seid ihr auch noch zu ihm hingegangen Er ist halt gestorben Ja Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ich glaube wo du nicht bist Achso Danke Natürlich schade Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut Was? Was ist jetzt wieder Traitor eigentlich? Ja Ja Was? Haha Nein Hä? Was? Was? Ich glaube die wahrscheinlich gerade Achso Du bist tot Gupi tot? Gupi tot? Ja jetzt nehm... Ja er ist tot Also es ist nur noch bläst Der wollte seine Zeit die Chance nicht nochmal überdenken Der wollte sich nicht was anschließen Bist du? Der ist da oben Wo? Der ist über uns Nein! Man Cooper alter du bist echt nicht verlässlich Ey ich hoffe das nicht Weißt du wie oft ich ihn angeschossen habe Er stirbt nicht Dann bewegt er mich wieder Ich hebe mich schockern auf Du rotst ihn voll in den Brustkorb Eher so noch 30 HP Lol Aber übrigens Du bist die Explosion durch die gestorben ist Hab ich ausgelöst Ja aber keine Ahnung wo die war Ja das Radio was auf dem Tisch stand Das hat so einen großen Sprengradio Scheinbar schon Das ist ja frech Das war aber richtig nice Alter Und vor allem war Lisa dann so verwirrt Ja Dass ich sie dann auch mit decken konnte Und dann war ich voll verwirrt Dass er doch kein Traitor ist Und Hey Aber ey Womit kann man sich denn healen Wenn man gedamaged war Mit Juggernaut Und ich dachte die ganze Zeit Mit dieser Red Bull scheiße Red Bull verletzen Oh na die Erstmal dass ich die auf der Map finde Da gehts gleich rund Also ich bin übrigens inno ne Ja 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 ich bin im Kalte Ich bin Detektiv Du bist ein Köttl Ne ne ich bin im Kalte Raum Hä Leute Ja Was passiert Aber da ist hier jemand in der Nähe Hallo Ja bestimmt Wer ist das da vorne Mit der Wer bist du Hä geh weg Wollen die Ja Wenn man hier Komm nochmal kurz hierher Hm Oh guck mal Komm mal kurz hierher Das ist doch nicht so schwer Guck 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 Du hast doch grad auf mich geschossen oder nicht Ich hab nicht geschossen Ich hab nicht geschossen Hä irgendwer hat grad auf mich hier geschossen Der einzige der war Ich hab dich fast umgebracht jetzt Dafür Oh Ich war es aber nicht ich schwere bei Gott Ja okay Was willst du mir denn zeigen Guck mal Sieht ziemlich gefährlich aus Aber wird das bei dir auch so schwarz Ja Wow alter Hi Lukas Ich bin Detektiv Ja ja hab ich schon gesehen Alles gut Was Kupa ist es Er hat Obst gekillt Ich bin Leute Doch ich hab's gesehen Der ist hier in dem Raum Oh ne Lügen Immer wieder nur Moment ich konfirm mal so lange Obst Wo ist der denn Der war hier drin Der ist immer noch hier drin Hä Er ist unsichtbar Irgendwer Irgendwer hat mich grad angeschossen Das war glaube ich Lisa Das glaube ich nicht Doch Lisa war's Ne Also Lisa und Kupa Ja Lisa ist es safe call Ne Noch Ne Die scheiß Ratte alter hat mich auch angeschossen Wer ist das Kupa Hey Doch ich hab dich vorhin gesehen Kupa ist tot Oh scheiße sorry Sorry Lukas Sorry Äh warte ich geh in Okay du willst ein 1 gegen 1 wer Ich will gar nichts Warte mal Warte mal Hm Warte mal Ich seh hier nicht durch Oh das ist nicht schlimm Oh das ist nicht schlimm Oh das sind mich hier viel zu viel Ah ne Doch das muss ich nehmen Kann man hier schleichen? Ja Wenn man zu fett ist nicht Ah Bist du hinter mir? Ne Hey Warst du hinter mir? Ja Ja auch Kupa frag mich nicht Ich hab keine Ahnung wie mich die Lokomotive nicht treffen konnte Das hab ich auch gefragt Ja vor allem wollte ich erst mich damit killen Weil ich mir gedacht hab Na klar hab ich die Waffe gewechselt Aber hab ich mich auf die Shotgun gewechselt Hab ich wieder auf den gewechselt Hab dann erst abgedrückt Abgedrückt Und du stirbst nicht Ja Anscheinend wenn ich den Leuten hier keinen Headshot gebe Kann ich nicht umbringen Äh kurze Frage Siehst du noch wieviel Runden es sind? Ja Eine Eine? Okay gut bei Ich muss nämlich jetzt gleich los Ne Doch Leider ja Ich hätte auch mehr Bock weiter zu zocken mit euch Aber Ich bin ein Diederker Ich bin ein Diederker Ich bin ein Diederker Ja okay bei dir stimmts Okay Okay Nein Ich hab euch alle lieb Bis dahin komm noch mal zu dem Raum Hallo Danke Lol War Spaß Was? Komm noch mal zu dem Raum Warum? Hier wo ich rum baller Aber Warum sollte ich dir trauen? Warum nicht? Du hast mich gerade abgeballert Ja Aber da war ich auch Tee Blitz du denn Wo bist du? Blitz warum bist du denn? Jetzt wär ich gerne Tee Aber ich bin da am Tisch hingeblieben Aber die sind alle hier Ey Okay warte wer ist hier? Bandit ist hier Lukas ist hier Obst ist hier Also alle außer Lisa Ich bin Detective Okay Dann geh ich hier raus Tschüss Könnt ihr mich durchlassen? Das wäre echt nice Gobert Eventuell Ja vielleicht Nein Traitor Danke Oh oh Das Loch knurrt Habt ihr's gehört? Ja Fass ohne auf dich Werft eure Waffen hinein Ja ganz bestimmt Alter Ich werf dich gleich da rein Um es zu besänftigen Hallo Oh ich bin weg alter Verpisst euch Geh mal weg Lisa Danke Ja wobei Lisa vertraue ich wenigstens noch Ja aber ich stehe nicht Nein Aber du bist leider selber hineingelaufen Wer ist reingelaufen? Oh nein Lukas Ich wollte ihn schubsen aber der ist leider selber hineingelaufen Wirklich Ja aber wenn du ihn schon reinschubsen wolltest Da ist wo bist du? Ja ich Achso ja dir kann ich ja vertrauen Da wo wir uns gerade getroffen haben Komm mal mit Wo bist du? Hinter dir? Ne Hinter dir ist Bandit Ne komm mal mit Ja Komm mal hier hoch Ja Warum hast du über Schaden? Weil ich gerade am Tisch geknallt bin Ok guck mal hier Geh mal da ran Hörst du da auch was? Ne aber ich höre Bandit Hi Hi Hey aber bei mir hat dir gerade So ein Typ Geschrien und wollte raus Und hat um Hilfe gebeten Hey warte mal Hey warte mal Hallo Kann man nicht noch ne Taschen ab? Ja Ja auf F So ich bin weg Nicht Ist schon wer tot? Ja ich gleich Ich Verpiss dich Warum hast du ne Silenced Waffe? Hey hallo Bandit Bandit ist es Bandit ist schon mal Geschichte Wo war der? Ja der war gerade hinter dir Ok confirm immer Ja aber hier ist Obst Und ich vertraue der alten Null Ja doch du hast jetzt Gut Alter Bandit eh Du kleine Drecksau Du kleine Drecksau Also entweder Obst Ich weiß halt nicht was mit Cooper ist Ob der noch lebt Ob der schon Geschichte ist Also Obst schlecht Auf jeden Fall die Treppen grad hoch Ja sie ist es Oh mein Gott Hä? Warte Spielstoff Nix Spielstoff Schön gemacht Lisa Ach man Geh geh Das sag ich mal Teamwork Gut Leute das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge Jetzt haben wir glaube ich drei Stück aufgenommen Und äh ja Wird auf jeden Fall lustig den Nix Danke Lisa Gerne Und also bis bei der nächsten Folge Auf Wiedersehen Tschüss Bye Hier wart sogar alle tot Die r cordone Schiff De ehr Du Ja